Hi, ich bin Lukas und ich spiele Power Forward. Ich weiß noch, wie ich früher immer mit meiner Familie und Freunden hier in die Volkswagen-Halle gekommen bin und den Spielen der Braunschweiger Mannschaft zugeschaut habe. Jetzt freue ich mich auch riesig hier zu spielen und euch Fans hier zu sehen und mit euch jede Menge Siege zu feiern.